Stefano Zagrella lässt mit seinem guten Aussehen die Herzen seiner Fans höher schlagen. Diese fragen sich immer wieder, ob der kleine Bruder von Giovanni Zagrella inzwischen seine Mrs. Right gefunden hat. Tatsächlich zeigte er sich zuletzt Anfang 2023 an der Seite einer Frau. Mit Romina Palm war er nicht nur jahrelang liiert, sondern sogar verlobt. Im März 2023 ging die Beziehung in die Brüche. Seither schien er keine neue Freundin zu haben. 2024 versucht er sein Glück in der Sendung Let's Dance und ist dabei einer neuen Liebe auf dem Parkett nicht abgeneigt. Mal gucken, was passiert. Ich bin offen für alles, stellt der Influencer gegenüber RTL klar. Wenn ich mich über Let's Dance verliebe und in ein paar Jahren heirate, ist das schön. Wenn nicht, auch okay. Ich tanze, ergänzt er. Er wäre nicht der erste Star, der bei dem intensiven Training und den heißen Moves seinem Tanzpartner näherkommt. So haben sich beispielsweise schon Rebecca Mier und Massimo Sinato oder Luca Henni und seine Christina in der Sendung gesucht und gefunden. Mittlerweile erwarten Letztere sogar Nachwuchs. Ob Stefano Zagrella bald ebenfalls Glück in der Liebe haben wird? Immer freitags ab 20.15 Uhr sehen wir ihn in der neuen Staffel von Let's Dance bei RTL.